Hallo und herzlich willkommen im August. Ich habe diesen Monat wie auch die anderen Monate des restlichen Jahres unter ein Thema gepackt. Und diesmal geht es ganz grob um das Thema Gönn dir was. Also Kleinigkeiten, die du im Alltag einbauen kannst, um dir mal was zu gönnen. Auf ganz verschiedene Art und Weise, auf ganz verschiedenen Ebenen. Und ich möchte mich auf jeden Fall für den letzten Monat bei euch bedanken. Es war super toll, mit euch in den Kommentaren zu interagieren. Und ich wollte ja demjenigen, der am meisten mit mir interagiert, etwas schenken. Und ich sage herzlichen Glückwunsch an Mrs. Saturnchen. Du darfst dir im Online-Shop von Schick-Mami ein Shirt aussuchen. Ich schreibe dir aber nochmal eine Nachricht. Wir bequatschen das nochmal, wie das dann läuft. Herzlichen Glückwunsch an dich und alle anderen. Seid nicht traurig. Denn auch in diesem Monat werde ich wieder was verlosen. Diesmal aber wieder was ganz, ganz anderes. Und um an dieser Verlosung teilzunehmen, müsst ihr einfach nur unter diesem Video kommentieren. Also es hat nichts mit eurer Interaktivität im restlichen Monat zu tun. Wobei ich mich natürlich wieder darüber freuen würde, wenn ihr auch diesmal wieder sehr aktiv seid. Aber es geht hauptsächlich darum, unter diesem Video zu kommentieren. Was ich verlose, sind drei Coaching-Sessions mit mir. Wer das vielleicht so ein bisschen mitbekommen hat. Ich bin Mama-Coach. Das bedeutet, ich unterstütze Müttern bei verschiedenartigsten Problemen. Kleine, große. Bei Fragen stehe ich einfach beratend zur Seite. Und ich möchte drei kostenlose Sessions mit mir verlosen. Das bedeutet, wir telefonieren miteinander. Ungefähr eine Stunde. Je nachdem vom Themenumfang. Wir telefonieren miteinander. Ich schicke euch vorher ein paar Fragen zu, um mich auf das Gespräch mit euch einzustellen. Um im Vorfeld zu wissen, um was wird es in etwa in unserem Gespräch gehen. Was sind die Dinge, die euch beschäftigen. Und an drei Leute verlose ich das. Und was ihr tun müsst, um zu gewinnen, ist einfach mir hier unten in den Kommentaren zu schreiben, warum du genau so eine Coaching-Session mit mir brauchst. Warum es jetzt für dich wichtig ist, welches Thema dich gerade beschäftigt und über welches Thema du mit mir sprechen möchtest und wobei ich dir helfen kann. Beantworte das einfach unten in einem Kommentar. Ich suche dann drei Leute aus, werde die kontaktieren und dann können wir einen Termin ausmachen. Dann können wir miteinander telefonieren. Und dann coache ich euch so ein bisschen. Und ich freue mich da sehr drauf, euch auch noch ein bisschen näher kennenzulernen. Und das war es auch schon mit diesem Video. Ich wollte mich eigentlich nur für den letzten Monat bedanken, das Thema dieses Monats ankündigen und über die neue Verlosung sprechen. Ich freue mich jetzt sehr auf eure Kommentare, bin super gespannt und wünsche euch ganz viel Glück bei der Verlosung. Bis bald. Tschüss.